Servus zum Technik-Check. Heute zeigen wir euch die Beinpresse. Der Daniel macht sie immer einmal falsch vor. So, er geht einmal nach unten und wir sehen, er hat eine falsche Standbreite gewählt. Somit hebt seine Ferse hinten ab, für seine Mobilität nicht geeignet. Jawohl. Dann sehen wir, dass er seinen Bauch extrem rausdrückt, wenn er nach unten geht. Wir wollen den Bauch aber anspannen, richtig festmachen. Jawohl. Genau. Und wir sehen, wenn er nach unten geht, die Hüfte ein bisschen abheben. Und vor allem, was wir auch sehen, ist, die Knie fallen nach innen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das geht extrem auf die Knie. So, jetzt macht er Daniel einmal richtig. Standbreite ist jetzt schulterbreit. Sehenspitzen sind leicht nach außen gedreht. So, und jetzt hat er nämlich genügend Platz. Bauch ist angespannt. Wenn er jetzt nach unten geht, kann er die Knie schön nach außen nehmen. Jawohl. Und er kommt viel weiter runter, ohne dass eben die Hüfte unten abhebt. Jawohl. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020